An der alten Festung läuft es einfach nicht. Level 12, man probiert hier, man probiert da, verschiedenste Köder an verschiedensten Spots. Und lübt der Lachs oder lübt er nicht? Zack, ja, wie man schon sieht, er kann natürlich lüppen, der Lachs. Wenn man verschiedenste Basics beachtet und wenn man einfach darauf aus ist, irgendetwas zu fangen und sich nicht darauf konzentriert zu sagen, ich will jetzt XYZ fangen, ich will jetzt an die alte Festung und will der Döbel fangen, ich will da jetzt hin und will Karpfen fangen oder Barsch fangen oder was auch immer fangen oder gezielt auf Schleie gehen, einfach mal weg von diesem Ich-Will, sondern einfach mal annehmen, was denn so kommt. Denn dann fängt man ja auch viel mehr Fische. Geh doch einfach mal dahin und angel da, wo du was fängst und nicht da, wo du gerne würdest. Damit mit den Basics und mit der Einstellung einfach mal an einen Spot hingehen, wo du dir denkst, ach, das sieht aber ganz schick aus hier allen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Hier stelle ich mich mal hin, werfe meine drei Grundrouten raus, die ich mir mühsam erspart habe und dann gucken wir doch mal, was denn hier an dieser Stelle so reinrasselt. Habe ich gerade gemacht, Spoiler, und es rasselt einiges rein. Querbeet von einigermaßen schicken, feisten Schuppis, natürlich auch die kleineren Kandidaten, Giebel, Karauschen, Barsche, Amure, Aarland und was nicht alles, schwarzer Amur und Laube. Und das alles auf Grund. Ohne Futter-Mische, bis gerade eben. Und kurz bevor ich jetzt gerade gestartet habe, habe ich jetzt auch noch mal eine Futter-Mische reingeschmissen. Auf das Setup und wie das zusammengebaut ist, gehe ich natürlich gleich detailliert noch mal drauf ein. Und natürlich auch auf die Futter-Mische und Co. Ab einem gewissen Punkt, und das hatte ich in den ganzen Tutorials auch schon erwähnt, die ganze Tutorial-Serie 22, 2022 ist darauf auch ausgelegt, fangt früh genug an, Futter-Mische zu skillen, herzustellen. Ihr braucht irgendwann Futter-Mische. Was ich in den Tutorials immer gesagt habe, bis zum Level, war es 4, war es 5, nee, es war sogar nur 3, um Knoblauch-Aroma mitzuverwenden, um später Brassen angeln zu können. Anfangs habt ihr diese Komponenten hier. Und mit diesen Komponenten kann man auch schon eine Futter-Mische herstellen. Was ist da alles drin? Ihr könnt Grieß verwenden, Zwieback, Mais, Hirse, Zuckmückenlarven, Made und, 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 Vanillesoße und so weiter. Und diese Futter-Mische, die habe ich hier mal, ich hocke da gerade vor, hergestellt. Da gehen wir auch gleich noch mal im Detail drauf ein. Und wenn man die dann verwendet, hat man da eigentlich die wichtigsten Komponenten drin, die man hier an der alten Festung einfach ganz gut und easy verwenden kann. Zack, jetzt werfe ich noch mal eine rein. Da habe ich jetzt insgesamt an der Stelle 10 Futterbällchen reingeschmissen. Das reicht erst mal. Und dann könnte man sagen, okay, wenn das jetzt langsam ein bisschen weniger wird von der Frequenz. Jetzt haben wir gerade 19 Uhr abends. Das heißt also, wenn es gleich ein bisschen weniger werden würde, vielleicht will jetzt auch in der Nacht so ein bisschen nach, gucken wir mal, wie das gleich ist. Ich stehe halt erst jetzt hier seit den Morgenstunden. Und dann gucken wir, wie gesagt, dass wir dann vielleicht so nachts oder so morgens gegen 4, 5 Uhr noch mal ein bisschen was nachfüttern. Also immer Pause lassen. Sagen wir mal so 10 Bällchen rein. Dann ein bisschen Pause lassen. Dann vielleicht noch mal 5 Bällchen nachwerfen, dass man den Spot eben auch nicht überfüttert. Dann fressen die Fische nämlich nur noch das Futter und nicht mehr die Köder. Was habe ich denn bisher verwendet? Also der ganze Kescher jetzt hier insgesamt ganz gut gefüllt. Viele maßige Fische. Vom Setup her ist es so aufgebaut, dass ich hier komplett mit 6er Haken unterwegs bin. 6er Haken deswegen, weil wir mit einem 6er Haken auch viele kleinere Köder noch verwenden können. Das heißt, wir haben den größtmöglichen Haken für den kleinen Köder, was sich wiederum auf die Größe der Fische ganz positiv auswirkt. Ich bin hier relativ brutal unterwegs mit 13 Kilo Vorfach. Wenn man hier natürlich mit dem Starter Set steht, mit 3, 4, 5 Kilo an Tragfähigkeit, auch das reicht völlig. Dann kommt man vielleicht bei einem Karpfen so ein bisschen mehr in den Drill. Macht natürlich auch Spaß. Dafür geht man ja gerne an die alte Festung, dass man halt schon ein bisschen mehr Action hat im Game. Ansonsten könnte man ja auch locker an Windenbach bleiben zum Beispiel und da einfach nur mit Mistwurm Cash, Cash, Cash machen und viele, viele kleine Fische rausziehen. Aber wie gesagt, wenn man halt an die alte Festung will, muss man sich eben darauf gefasst machen, dass man im Idealfall schon mit Futtermischereien geht. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach nötig, die Fische so ein bisschen mehr ranzulocken. Es wird halt irgendwann ein bisschen schwieriger und komplexer im Game. Die Level 1 Gewässer, also Moskitosee und Windenbach, die sind da ganz entspannt. Und dann, wie gesagt, ab Level 12 geht es langsam immer mehr in Richtung Spezialisierung, gerade eben auch beim Grundangeln. So, das ist hier gerade das eine Setup gewesen. Wie gesagt, Sechserhaken und eine Erbse hatte ich hier dran. Sechserhaken und Made. Da ist übrigens auch gerade der dicke Schuppenkarpfen reingegangen. Viele Schuppenkarpfen sind gerade hier auf Made unterwegs. Komplett übrigens alles noch ohne Futtermische. Und natürlich auch der Regenwurm als einer der Universalköder. Gerade auch für den Anfang. Ganz interessant auch, Regenwurm und Mistwurm. Immer mal wieder auch nachts testen. Hier an der Festung, weil da auch mal der Aal drauf reinballern kann. Ohne, dass man sich dann speziell stundenlang auf Aal hinsetzt und vielleicht nichts fängt. Sondern, dass man sich einfach an so eine Stelle hier hinstellt und dann sagt, okay, ich versuche einfach mal hier alles rauszuziehen mit einem guten Universalköder. Gerade eben hatte ich auch noch getestet das Maiskorn und auch den Käsewürfel. Auch das sind alles Köder, die richtig gut funktionieren können. Wenn ihr halt beim Köderherstellen noch nicht so weit seid, müsst ihr auch da natürlich langsam nachziehen. Also spätestens auch in Richtung alte Festung. Klar, Perlengraubenbrei ist sehr schnell hergestellt. Aber das ist auch nicht immer der Universalköder für zum Beispiel Brassen. Häufig gehen die eben auch auf Knoblauchteig. Manchmal sogar auch auf Quarkteig. Wobei das eben dann auch erst herzustellen ist, wenn man Level 16 erreicht hat. Weil man dann den Quark kaufen kann. Also, ich gehe jetzt hier nochmal auf Mais. Baller das nochmal raus. Warum nochmal auf Mais? Ich hatte doch, glaube ich, jetzt gerade in der Futtermische auch Maiskomponenten drin. Wir gucken uns die mal eben an, die Futtermische. Und dann bauen wir uns das Setup ungefähr so zusammen. Level 1 habe ich das Ganze genannt. Hier ist sie. Im Detail. Schauen wir uns das mal an. Also, das sind alles Komponenten, die man von vornherein verwenden kann. Einfach zusammengepappt. Also jetzt nicht alle, sondern es sind Komponenten. Man kann noch mehr verwenden. Man kann zum Beispiel, wenn man es ein bisschen süßlicher haben will, könnte man ja zum Beispiel auch Biskuit noch nehmen. Ich habe jetzt hier einfach eine relativ neutrale Basis genommen. Gries. Mais eben mit reingenommen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Maisbrei und Maiskorn mitverwenden, ist das immer schon gar nicht so schlecht. Mais auch immer natürlich gut für Karpfen. Hier sind mit rein Zuckmücke, Fliegenmade. Da haben wir hier so ein paar Eiweißkomponenten eben auch mit dabei. Und das Ganze mit Vanille. Wenn ihr es ein bisschen neutraler haben wollt und hier nicht so aromatisch reingehen wollt, dann auch einfach das Sonnenblumenöl nehmen. Und gut ist es. Wir sehen hier oben auch noch die Dauer. Das Ganze wirkt 16 Stunden von der Lockwirkung her. Das heißt, wir haben immer wieder zwischendurch halt die Zeit oder auch die Möglichkeit, ein bisschen Pause zu machen. So. Na, guck mal. Dann geht es jetzt langsam los hier auch mit den Karpfen. Die Frage ist natürlich, sind hier Karpfen? Das heißt also, bevor man jetzt hier Futtermischen reinballert, erstmal Köder. Fangt an mit drei, vier verschiedenen Ködern. Fünf Köder. Schmeißt die rein. Guckt, welche Fische gehen da drauf. Wenn dann ein Fisch dabei ist, wo ihr sagt, boah, geil, Alter, den hätte ich jetzt gerne ein bisschen fokussiert. Dann natürlich alle drei Routen auf diesen einen Köder umbauen. Und wenn man dann es noch schafft, dass da zum Beispiel jetzt oder dass man dann quasi noch eine Futtermische mit Verwendung des Köders. Wenn man das dann auch noch mit reinbringt ins Futter, diesen Köder, dann kann man oder hat man halt gute Chancen, dass man diesen Spot noch mehr aktiviert für diesen besagten Fisch. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Schuppenkarpfen nehmen. Es waren hier jetzt einige Schuppenkarpfen dabei. Wobei, ja, es sind ein paar maßige, aber eben auch ein paar unmaßige dabei. Die bringen alle natürlich noch nicht so richtig viel Kohle. Also hier die kleinen, ab dieser Färbung, ab der Optik, da werden die Schuppis dann auch erst interessant. Kann natürlich auch sein, dass wir da mit etwas größeren Haken dran gehen müssen. Sechserhaken ist dann wie gesagt sehr klein. Ja, wenn die jetzt zum Beispiel auf Mais gehen, dann wäre das zum Beispiel eben die Möglichkeit, dass wir das Ganze jetzt hier schön mit Maisfutter vollwerfen. Und dann gucken wir mal, was da funktioniert und was dann da und ob das dann quasi den Spot so ein bisschen antreibt. Es kann aber natürlich auch immer sein, dass eine Futtermische einen Spot so ein bisschen oder die gewünschten Fische so ein bisschen reduziert. Das heißt, die Gefahr besteht. Das heißt, man stellt sich hier hin, denkt sich, boah geil, das hat ja funktioniert hier gerade ohne Futtermische mit Maiskorn. Jetzt baller ich die Futtermische rein, auf einmal sind keine Schuppenkarpfen mehr da, weil die vielleicht auf was anderes geradeaus waren. Oder irgendeine Komponente war da drin, was jetzt andere Fische weiter nach vorne pusht an diesem Spot. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Schuppenkarpfen beißen, werden dadurch dann halt reduziert. Also bisher gar nicht schlecht. Auch hier der olle Regenwurm, die ganze Zeit konstant was am Liefern. Das heißt, wenn man sich denkt, Alter, was geht denn hier bloß an der alten Festung, egal wo man sich hinstellt, Regenwurm, muss halt ein bisschen schick aussehen. Ich weiß nicht, hier einfach so random. Ich meine, auch hier würde irgendwie was beißen. Ich würde dann aber wahrscheinlich eher hier in der Nähe von den Pflanzen hinwerfen. Ist wahrscheinlich ein bisschen interessanter. Muss aber nicht. Also Spots können überall sein. Natürlich auch hier irgendwo im Freiwasser. Gerade auch Brassen in den tieferen Löchern und sowas. Da sind die dann natürlich auch immer versammelt. So, jetzt geht es so langsam in die Nacht. Und ja, ich habe jetzt hier ungefähr eine Stunde gestanden. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt gleich nochmal ein, zwei Brocken raus. Und dann gucken wir nochmal gerade, was das Ganze denn so gebracht hat. Wichtig, wie gesagt, macht euch keinen Stress mit diesem, ich würde gern das und das fangen. Sondern geht ans Wasser, testet Köder und testet, was ihr fangt. Und nicht gucken, wie fange ich dies, wie fange ich das, wie fange ich das. Ihr kauft viel zu viele Komponenten. Ihr habt eh keine Kohle unter Level 20. Und dann so langsam erst da reingehen und gucken, welche Köder funktionieren denn alle, die man schon herstellen kann. Und Wey kann man das kombinieren mit Futtermische. Und dann macht man da auch ein bisschen Profit. Dann kommt man da auch vorwärts im Game. So, jetzt haben wir Nacht. Ich bin gespannt, was geht. Kaulbarsch, Megafisch und super profitabel. Das wäre der Hammer, wenn jetzt hier noch ein paar Kaulbarsche reingehen. So, ich würde sagen, wir gucken gleich mal eben in den Kescher, was das denn so gebracht hat. So, und da sind wir so langsam wieder an alten Festungen. Wenn ihr euch jetzt denkt, ja Alden, mit deinem Setup und so weiter, da fängst du ja viel mehr und bla. Ja, ist so. Es liegt allerdings nicht am Setup. Vom Setup würde ich sagen, würdet ihr mit einem leichteren Setup tatsächlich sogar noch mehr fangen, weil weniger Scheuchwirkung. Bei mir sind natürlich die Komponenten ausschlaggebend, dass ich komplett geskillt bin. maximales Level in den Skillungen habe und dadurch automatisch mehr und größere Fische fange. Nichtsdestotrotz ist der Ansatz, der halt da, den ich gesagt habe, das ist halt der Wichtige. Der Ansatz hinzugehen und Köder zu testen, welche Köder funktionieren und an welchen Stellen man halt gut rausziehen kann. Guck dir das an, Alder. Und dann sieht man hier auch noch einen Kaffeeaufträge ohne Ende. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch jetzt hier. Nach Gewicht sortieren mal eben. Das ist hier hinten. Nach Gewicht sortieren. Und dann verkaufen wir hier die kleinsten vier. Mal eben hier mit Shift ausgewählt. Zack, 15 Silber. Barsche haben wir auch. Auch hier wieder nach Gewicht sortieren. Sechs Stück. Das sind hier jetzt die kleinsten. Kratsching. Jawohl. Acht Stück mit 3,5. Da müsste ich dann vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr mit Regenwurm hier ran hantieren. Vielleicht sogar mit einem Viererhaken, dass die ein bisschen größer werden. Weißer Amur, so groß hatte ich nicht. Döbel nicht, Güster nicht. Rotaugen auch nicht. Erstaunlicherweise. Und die großen Kaulbarsche. Guckt es euch an. 100 Gramm, 104 Gramm Kaulbarsche. 90 Silber. Abgefahren. Übrigens auch an allen anderen Gewässern, Low Level Gewässern. Immer wieder im Blick behalten. Die Kaulbarsche. Also, die ersten 28, 29 Silber haben wir hier schon im Sack. Und wenn wir hier noch mal gucken, das Ganze hier eben nach Preisen sortieren, sind wir hier dann also noch mal bei knapp 100 Silber. Naja, nicht ganz. 90 Silber jetzt in der Zeit mit random verschiedensten kleinen Fischis ohne viel Theater. Nicht wahnsinnig viel. Aber, was auch den Riesenvorteil bringt von diesen vielen verschiedenen Fischen, ihr skillt Grundangeln sehr schnell weiter. Ihr fangt viele unterschiedliche Fische in einer guten Frequenz. Das Game merkt, Alden, der hat Skill. Also gibt es mal wieder 0,1, 0,2 Skillpunkte im Grundangeln. So, wo stand ich? Habe ich glaube ich auch noch nicht gezeigt. Vielleicht auf der Map, wenn ihr aufmacht, hier unten an der Ecke und dann hier in Richtung Brücke, wer es noch nicht erkannt hat, testen. Es gibt übrigens zu dieser Thematik noch 2, 3, 4 andere Videos hier oben, hier unten und so weiter. Verschiedenste Spots, die man immer gut probieren und testen kann. Einfach mal schauen auf dem Kanal, da gibt es noch einige Videos in dieser Art. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen fürs Video, Kanal abonnieren, nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos in dieser Art nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri. Bis zum nächsten Mal.